Hallo liebe Zuschauer, ich weiß, das sieht ein bisschen bekloppt aus, aber ich schäme mich ein bisschen für mein linkes Auge. Also nicht wundern, willkommen auf meinem Channel, fühlt euch wohl, habt Spaß bei meinen Videos. Und wir sehen uns in Baldin, aber extra für euch werde ich dann das linke Auge später für euch öffnen. Aber das wird nur in diesem Video passieren, habt keine Sorge, fühlt euch wohl.